Willkommen zum nächsten Spiel von Kanye Crescens. Wir haben jetzt in Englisch gewechselt, weil ich Juliano nicht Deutsch sprechen kann. Und du hast uns den Council of Four gebracht, die hier bereits bezeichnet ist. Also kannst du direkt in. Was ist den Council of Four? Council of Four ist ein strategisches Spiel, aber mit einfachen Regeln. Es gibt nur vier Aktien, die du in die Runde kannst. Es ist sehr einfach, um die Planification zu machen. Aber die Strategie für die Spiele ist viel. Erstens, die Setup ist immer anders, zwischen jedem Spiel. Der Board ist in drei Regionen, und die Regionen sind zwei Fälle. mit verschiedenen Verbänden zwischen den Städten. Und wieder, jede Städte hat eine Bonus-Tile. Und diese Bonus-Tile sind plötzlich an der Beginn des Spiels. Dann haben wir vier Councils, vier Balconien. Auf jeder Balconie sitzen vier Councilors. Und die Colors sind sechs. Also haben wir ein Councilor in den Council. Und andere Nobles warten, um zu wählen. Wir, die Players, sind die Merchants, die wollen ihre Emporien in der Stadt bauen. Wenn wir ein Emporium in einer Stadt bauen, dann haben wir die Bonus-Tile. Wenn wir ein Emporium verbinden, wenn wir ein Emporium verbinden, mit einem Emporium verbinden, mit einem Emporium verbinden, dann haben wir alle Bonus-Tile. Wenn wir eine Connected Chain von Emporiums verbinden, dann werden wir alle Bonus-Tile zusammenbinden. Also können wir eine lange Reihe von Emporiums verbinden. Aber wie Sie sehen, die Städte sind unterschiedlich. weil wenn ein Emporium verbinden, wenn ein Emporium in den Städten, in der Stadt, die gleiche Farbe haben, wird ein Bonus-Tile. Ah, hier. Bonus-Tiles und Colors. Ja. Ich kann entscheiden, nicht zu bauen eine Connected-Line, sondern zu bauen die Bonus-Tile. Okay. Wie kann ich meine Emporiums verbinden? Es gibt zwei Möglichkeiten. die Emporiums verbinden. Eine Möglichkeit ist, zu bekommen eine Permission-Tile. Auf jeder Region, gibt es drei Decks von Tiles. Diese Tiles sind die Permission-Til. Auf der Upper Seite, Sie sehen die Initial Letter, von der Stadt, wo man kann die Tile bauen. Wie kann ich die Tile bauen? Ich habe die Tile von den Councilor. So, jeder Spieler hat, in seiner Hand, sieben Karten, zu Beginn des Spiels. und zu Beginn des Spiels, wir drawen eine Karte. Wenn ich, zum Beispiel, die Kombination, zwei, mit den Councilor. Okay. Ich kann sie spielen. So, zum Beispiel, diese Kombination. Ich nehme die Tile. Für frei. Ich kann weniger Karten als alle vier Karten, aber ich spende Geld. So, zum Beispiel, mit drei Karten, ich spende drei Coins. Mit zwei Karten, ich spende sechs Coins. Mit nur einer Karte, ich spende zehn Coins. Hier, wir haben die Tracks der Coins. So, wir gehen auf und auf. Ah, das ist unsere Tracks. Ja. Mit unsere Spieler Tokens. Ja. Okay. Und die Setup des Councils verändert sich während des Spiels? Randomly, in der Beginn des Spiels. Und ja. Eine andere Aktion, die ich in meiner Runde mache, ist, zu ändern die Council. Also, ich nehme einen Nobel aus, und lege ihn in die Council. Ah, und dann, dann, der letzte Karte ist weg. Und dann geht's weg. Okay. Okay. Wenn ich diese Aktion mache, ich habe Geld. Weil die Noblichkeit bezahlt werden, zu werden. Okay. Okay. Der zweite Weg, zu bauen die Shop, in der Map, ist mit dem König. Der vierte Council ist der König der König. Wenn ich diese Königin in der gleiche Weise wie ich die Karte und Geld mache, kann ich den König und den König Ich kann den König wenn ich möchte, aber ich spenden zwei Worte für die Bewegung. Und dann, ich in der Moment habe ich meine Shop, wo der König ist. Okay. So, in dieser Weise, in einer Runde du immer wenn du willst. In dieser Weise du musst, in der nächsten Runde in dieser Runde ich die Tile und in der nächsten Runde ich build. Aber, wenn ich die Tile bekomme, ich bekomme ein Immediate Bonus. Und diese Letters hier? A, D, E? Das ist die Initiale Die Tile in der Stadt wo du kannst. Okay, du kannst du nicht anywhere. So, es ist die Permission für eine bestimmte City. Ja. Sometimes es gibt drei, sometimes zwei Letters, aber sie haben eine stärkere Bonus. Okay. In der Spiel. Was ist das Bonus mit dieser Figur? Die Figur ist der Sie haben die Sie haben die Sie haben zum Beispiel wenn ich in einer Stadt wo ein Emporium muss ich eine Sie haben für die Emporium schon. Okay. Für meine Opponenten. Okay. Und die Sie können die Sie können Sie können eine der Hauptaktion Die Sie können hier sehen. Das ist die erste Tile. Move King und Change Council und Sie können eine Tile haben. Das ist es für die Basic Actions. Wenn Sie wollen, können Sie das machen. Sie kaufen 3 Tile und die Tile in der Region. Sie können es ein Pile und Sie eine neue Tile mit einer Sie können die Tile nicht und mit drei Sie können eine Hauptaktion in der Runde Okay. Interessant. Die Basis Information über das Spiel wie viele Spieler von 2 zu 4 Spiel von 4 Spiel kann 45 bis 70 Minuten. und das ist eher ein Spiel oder das nicht eine Familie aber wie Sie sehen, die sind sehr einfach und alle können es nicht so schwer. und die Hauptsache ist wo meine opponents sind oder ist das wichtig zu ändern? Ich habe verschiedene Karten in Hand und die Karten einfach mit einem Dominated Council das ist